Die Pfarrkirche von Castiglione d'Otranto Die Pfarrkirche von Castiglione d'Otranto stammt aus dem 17. Jahrhundert, obwohl man weder das genaue Bau noch das weihe Datum kennt. Die Pfarrkirche wurde dem Erzengel Michael gewidmet, der hier in Salento sehr verehrt wird. Die Pfarrkirche ist zwar sehr streng, aber im Einklang mit dem Umfeld. Die Kirche hat ein einziges Mittelschiff im schlechten Barockstil. Beim Betreten kann man sofort den feinen Mosaikboden mit weißen und rosa Rauten bewundern. Er wurde im Jahr 1871 gefertigt und reicht bis zur Sakristei. Der Hauptaltar ist aus Lecesa-Tuftstein und von pferdvollen Dekorationen und von einem Kruzifix gekrönt. In der Kirche werden Statuen und Gemälde aufbewahrt. Diese vielen Kunstschätze sind einen Besuch wert. Dekorationen und Gälde aufbewahrt. Dekorationen und Gälde aufbewahrt. Dekorationen und Gälde aufbewahrt.